Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rekt hier auf peetsmeet.tv. Heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr am Start seid. Heute schauen wir uns an... Hallo, Christian. Heute schauen wir uns an... Best... Monarch Moments ever, Junge. Geil, ever. Ich bin mega gespannt, was das Alge... Holy shit. So ist gut eingekommen. Ja, war das los, Christian? Ja, ist schon gut. Der schläft auch schon. Ich hätte es gar nicht mitgekriegt. Moment, ich muss damit anfangen. Achso, der ist sofort... Deswegen sag ich ja, der pennt auch schon. Der kann es überhaupt nicht fassen, was da gerade passiert. Der ist mit der Musik mitgewippt, glaube ich. Da liegen doch zwei Leichen. Ja. Oh, Kevin versteckt sich einfach. Keiner reportet ihn. What the fuck? Wieso hören wir den nicht? Oh, okay. Oh, okay. The godliest godlike Among Us player ever. A man who extends beyond the game itself. I made a call. I staked my life on the line. If Daph is an imposter, I will walk out of here a hero. Das riechst du dazu, Cap-Bad, aber. Oh, Junge. Oh, Mann, das war krank. Was? Oh, mein Gott. Das ist aber echt belastend, holy shit. Weil er gerade oben gekillt wird. Weil er gerade oben gekillt wird? Der wird gerade gekillt, das siehst du. Ja, oben der andere und der letzte. Oh mein Gott. Ja, und jetzt? Ja, was ist das für eine Taktik? Er wartet einfach auf den Nächsten. Was hat er denn erwartet, was jetzt passiert? Er wollte sich verstecken, er hat halt gedacht, man sieht die Leiche nicht. Ja, sieht man eigentlich, aber die Leute achten auf das Report. Richtig. Und das hat er halt nicht gedacht. Das hat Daniel auch mal in einer Runde gemacht. Das Gesicht ist ja das geilste. Oh, hoffentlich kommt auch Aguero drin vor. Komm schon. Ja, hoch. Ich glaube an dich. Ja. Ja. Nein, komm schon. Ja. Ja. Nein. Oh mein Gott. Der geht einfach weg. Der geht einfach weg. Ich habe einen Clip gesehen von hier dem Manchester City Spieler, Sergio Aguero. Vielleicht kommt der noch. Okay, vielleicht kommt der noch. Das ist auch immer geil. Nein. What the fuck. Wait, it's not fixed? Er verarscht sie einfach. This is my favorite thing to do. Mega gut. Ich habe jetzt gerade erst darauf geachtet, dass es Fake-Tasks gibt. What? Wait, shut up. Wait. Who is alive? Me, Will, Siren, Connor, and Otto. Oh, Wontap. Oh, Wontap's gonna kill me. I'm fucking legging it. Oh, no. Oh, no. What the fuck? Oh. Oh. What the fuck? Oh. Er wollte killen. Er wollte killen. Er wollte sabotieren. Er wollte sabotieren. Er wollte sabotieren. Er wollte auf den Sabotage-Button klicken. Das ist ja auch mega programmierend, dass das dann zu dem Wenn-Button wird. Ja. What the fuck? Oh, no. Oh, no. Das ist auch noch so ein Vierer-Battle. Oh, lol. Ich bin gerade losgelaufen scheinbar. Der Sound ist aber auch super schön dann, ey. What the fuck? Wolf-Bell. G-Deck. Vote fucking Jelly. He's self-reported. Or it's Mutant. It's either. Vote someone. Those that you belong most of them. I swear to fucking God. I will not be voted off here. Holy shit! You guys are somewhere. I'm going back to the Plink Chess. I'm going back to the Plink Chess. I'm going back to the Plink Chess. Oh, nein. Ne. Das ist die schlimmste. Alter, ein bisschen mehr Gefühl da reinsetzen. Schneller. Der zieht ja auch nicht bis zur Ende durch. Kann das sein? Ja eben. Der zieht ja auch nicht komplett durch. Dann fuhr er auf. What the fuck? Ah, ja. Was hat der Hund gerade? Wahnsinn. First try. First try, ja. Oh. Loy. What? Oh mein Gott, der war ja stark. Der war richtig sneaky. Oh, er schon wieder. Now what? Er hört alle aus. Oh, er will alle ausmachen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Er weiß nicht, wann er tot hat. Er glaubt, er alle ausmachen. Heide in der Hals. Ist das getan? Schneller klicken, schneller klicken. Der Obershit. Oh Mann ey. No shot. Green means on. What do you mean? You're turning the lights off. Is what you're doing. I thought I had to match the combination of each time it lit up. Simon says it and I'm like. Yeah, so what did you do? I ran towards comps. Right Ruffles? To get that done. So you could do it. I voted Scrimp. Oh my fucking god. Sorry Scrimp, I had to do it. Oh, it's over. GG, good job. I didn't vote for you. It was a joke. I voted for him, you idiot. Oh my god. Why are you saying that? Oh my god. It was a joke. Das ist ja auch ein mega Play in der Situation ey. Oh man. Oh man. Nice. Oh scheiße. Oh my god. Nice. Oh. Nice. Oh. 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 Jeff. Hat's er denn nicht gesehen? Uh, it was in Shields. Shields. That's bottom right? Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. gracious. Oh my god. 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 Stop reporting bodies! Stop! That's weird. Okay, remember Train? Whenever there was a stack killing specimen, you said you had cameras, right? Yes. Okay, so that happened. In the stack, we were all together. XQC was the only consistent factor in all these bodies. He was everywhere where there was a body. Last round, I was nowhere near that body, by the way. Okay, so Omar, how sure are you it's XQC? How sure? 1000 billion percent. I'm wrong. Vote for not throwing them. Vote for not throwing them. Wait, wait, don't vote. Give me a minute. Okay, I'm glad we lost again. Thank you, fuck. I have really lost. That's the same way. Yeah, I think it was so tilted. Oh wait, I mean, there's no difference. That's right. But he has to always fight. Mhm. Mhm. Oh my god. I'm gonna jump off the fucking... I'm gonna jump off the fucking... I'm gonna jump off the fucking... Alter, diese Dinger sind aber auch... Finde ich auch schlimm. Ja. Sie hat jetzt aufgehört und versucht jetzt zu retten. He just vented. He just vented. He just vented. He just vented. I caught you in the... ように! He's zing. Okay, I'm waning. You only way out? Yeah, Asane, we win. Asane, Asane. Asane, you improved. You're really good now, dude. We fucking tapped a lot. We puffed off. He's flatman. Yeah, go Sofia, go on. Asane, you got so much better, Asane. There's somebody... Copy S- Copy S- It's in case someone just closed the fucking door on me... Stop! it's daf oh my god you're gonna close this one yeah that's what i thought oh daf i just want you to know go for yourself okay anyways toad wait what wait what what the fuck that was first that was cony that was cony i walk into weapons i just see them standing right that was cony oh man ey oh man amorgas ist halt eine gute sache für lustige momente muss ich sagen vor allem man übersieht auch manchmal einfach so dinge die wirklich bei dir im bildschirm auch passieren weil du die einfach siehst wie sicher bist du dir one billion percent alles klar falsch ach ja schöne zusammenstellung danke dafür original video wie immer verlinkt in der beschreibung dankeschön vielmals fürs einschalten und mitlachen und morgen geht's weiter mit den rex bis dahin tschau